Guten Tag, mein Name ist Ralf Schirner. Ich bin Inhaber des Hörgeräte-Fachgeschäfts Hörstudio Schirner und stehe hier stellvertretend für meine Branche. Als Hörakustiker gehören wir zur Grundversorgung. Wir dürfen und wir sollen weiterhin geöffnet haben. Als Gesundheitshandwerker sind wir hohe Hygienestandards gewohnt und haben diese im Zuge der Corona-Pandemie weiter ausgebaut. Meine Kollegen und ich, wir freuen uns auf Ihren Besuch und sind für Sie da, denn auf gutes Hören sollte niemand verzichten. Auch nicht in so einer Krise.